Wenn dieses Video rauskommt, habt ihr nur noch drei Tage Zeit, am monatlichen Instant Gaming Gewinnspiel teilzunehmen. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur den Link in der Beschreibung klicken und das Spiel auswählen, das ihr gewinnen wollt. Viel Glück. Ich mache jetzt seit fast vier Jahren YouTube. Seit ich ungefähr 30.000 Abonnenten habe, bekomme ich hin und wieder Product Placement Anfragen. Und ihr wisst nicht, was ich schon teilweise für Müllangebote bekommen habe. Und ich rede hier nicht mal vom Preis. Klar, auch ich habe meinen Preis. Ich lüge meine Zuschauer ja nicht umsonst an. Aber darum geht es mir nicht mal. Es geht mir um das Produkt. Ihr müsst euch vorstellen, es gab schon Firmen, die wollten, dass ich Werbung für kostenpflichtige Wallpaper mache. Digga, das waren einfach stinknormale Wallpaper hinter einer Paywall versteckt. Die konntest du in Google finden. Und du musstest nicht mal lange scrollen. Bro, was soll ich als nächstes bewerben? Kostenpflichtige Klingeltöne? Dann wurde ich auch schon von Indie-Game Studios angefragt. Aber nicht von so coolen Indie-Studios, wie denen die Raft oder Cuphead entwickeln, sondern von so richtigen Crack-Studios. Diese Spiele sahen aus, als wurden sie mit Excel entwickelt. Ich hätte lieber Casino-Placements von irgendeiner Scam-Firma auf Malta angenommen. Ich hätte euch lieber in die Glücksspielsucht getrieben, als euch diese Spiele zu empfehlen. Und ich rede hier nicht von Rage Shadow Legends, okay? Rage Shadow Legends ist dagegen Game of the Year 2022. Was die mir da andrehen wollten, das war schon wirklich kriminell scheiße. Aber das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Mir wurde auch schon angeboten, für NFTs Werbung zu machen. Wenn ich weiß, was NFTs sind, das sind praktisch Besitzurkunden von digitalen Kunstwerken. Kunstwerke in Anführungsstrichen. Die Kunstwerke selber können unendlich repliziert werden. Es sind halt schlussendlich auch nur irgendwelche JPGs, die du mit Rechtsklick auf deinen PC runterladen kannst. Aber die Besitzurkunden sind einzigartig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hast du von diesen Besitzurkunden? Ich meine, wenn du ein Haus kaufst, dann hast du eine Immobilie, die einen praktischen Nutzen erfüllt. Wenn du eine Aktie kaufst, hast du reale Anteile an einem Unternehmen. Aber was bringt dir so einen NFT? Die Antwort ist, absolut gar nichts. Der Scheiß ist pure Spekulation. Du hoffst einfach darauf, dass es in Zukunft irgendeinen Idioten gibt, der noch dümmer ist als du und die diese Besitzurkunde für einen höheren Preis abkauft. Und Leute, erzählt mir nichts von irgendeiner revolutionären Blockchain-Technologie. Ja, ihr habt recht. Die Technologie hinter NFTs wird auch in Zukunft noch gebraucht werden. Aber was wir sicher nicht brauchen werden, sind 10.000 JPGs von irgendwelchen KI-generierten Schimpansen. Diese Nachricht geht an alle NFT-Anbieter da draußen. Hört auf, mich mit Blazeman-Anfragen voll zu spammen. Und benutzt keine Gmail-Adresse, wenn ihr mich anschreibt. Das steigert eure Chancen nicht unbedingt. Dann gibt es noch diese Blazeman-Anfragen, die völlig legit waren. Es gibt eine Blazeman-Anfrage, bei der bin ich echt traurig, dass da kein Deal zustande gekommen ist. Die haben nämlich wirklich ein gutes Produkt angeboten. Das Problem war aber nicht das Produkt. Das Problem war die Art der Bezahlung. Und nein, es geht nicht um das, was ihr gerade denkt. Das hätte ich nämlich angenommen. Es geht um seltsame Währungen. Wisst ihr, wenn mich diese Blazeman-Heinis mit der indischen Rupie oder von mir aus auch mit dem Reichsthaler bezahlen würden, so sei es drum. Das hätte ich auch angenommen. Aber diese Motherfucker wollten mich mit irgendeiner Kryptowährung bezahlen. Mit einer Kryptowährung. Und dann nicht mal mit Bitcoin oder so, sondern mit irgendeinem Sassy-Trash-Coin, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Digga, die haben diese Kryptowährung vor zwei Wochen gelauncht. Denken die, ich bin ein Darknet-Drogendealer oder was? Als ob ich diesen Deal eingehe. Sicher lasse ich mich in eurer Kryptowährung bezahlen, die keiner abseits von Spekulationen wirklich benutzt. Okay, das trifft auf so ziemlich jede Kryptowährung zu. Selbst Bitcoin ist in erster Linie ein Spekulationsobjekt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich lasse mich nicht mit einem Kryptowährung bezahlen, dessen Kurs du nicht mal in Centbeträgen angeben kannst. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Product Placement-Anfragen ich schon abgelehnt habe und wie viele Placement-Anfragen YouTuber generell ablehnen. 90% von dem, was ich geschickt bekomme, ist kompletter Müll. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mails sind voll mit sowas hier. Was soll ich damit anfangen? Gebt euch doch wenigstens Mühe, seriös zu klingen. Vielleicht hätte ich ja doch das Krypto-Placement annehmen sollen. Ich meine, das ist zwar ziemlich riskant, aber da stand wenigstens ein seriöses Produkt hinter. Und der Kurs dieser Kryptowährung ist immer noch stabiler als der Euro gerade. Aber Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welchen YouTuber ihr vor diesem Video hier angeschaut habt. Mal schauen, was da für Überschneidungen zusammenkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.